Das Spiel hätte das beste Pokémon aller Zeiten werden können. Die müssen da nochmal ran. Die können ja nur besser werden. Ich hoffe, dass die das nächste technisch nicht so verkacken. Man kann auch an Unterrichten teilnehmen, ne? Das habe ich noch nie gemacht, deswegen gucken wir mal, was da drin ist. Fangen wir mal an mit der Akademie und Erkundung. Wir haben schon lange... Ich habe geguckt, was gibt es denn hier? Mein Pokémon schläft immer und überall ein. Ich frage mich, ob es wohl die Attacke Erholung einsetzt, um sein Kp wiederherzustellen. Gut, dass es den Akademie Kiosk gibt. Sonst müssen wir zum Einkaufen immer in die Stadt. Kann ich hier nun willkommen. Wir haben alles mögliche da, was Akademie-Schüler so brauchen. Aber auch nur Superbälle. Luxusbälle. Luxusbälle. Beleber könnte ich wirklich nochmal ein paar gebrauchen. Ich kann bei der nichts verkaufen, deswegen... Da ist auch jemand, mit dem ich reden kann. Pikachu ist so nettlich niedlich. Das heißt, dass Pikachu je nach Geschlecht anders aussehen. Kann sich jedenfalls nicht unterscheiden, dass es ein männliches. Wir schauen uns gerade an, wie groß unsere Pokémon sind. Es gibt wohl jemanden in dieser Stadt, der dich lobt, wenn sie besonders groß oder klein sind. Wohl dieselben Art können unterschiedlich groß sein. Wusstest du das? Hm? Ah, wie geht's dir stets? Und Murasaki, hast du dich schon ein wenig an den Alltag in der Akademie gewöhnt? Das klingt doch super. Freut mich, dass du hier so viel Spaß hast. Ach übrigens, verwendest du eigentlich auch die Pokédex-App? Denn, naja, weißt du, hehe, sie wurde von mir entwickelt. Immer wenn jemand ein Pokémon fängt, werden die Informationen an mich übermittelt und meine Forschung nimmt langsam Form an. Also schnapp dir alle neuen Pokémon, denen du begegnest und vervollständigest und deinen Pokédex, ja? Pallen wir doch fürs Erste einfach mal 30 verschiedene Arten an. Meld dich bei mir, sobald du es geschafft hast. Du hast bereits 30 verschiedene Pokémon-Arten in deinem Pokédex registriert. Hui, was du nicht alles gefangen hast, das ist ja ein richtiger Startenschatz, sag mal. Hoppla, entschuldige, da ist die Begeisterung ein wenig mit mir durchgegangen. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass du noch eine große Hilfe meiner Forschung sein wirst. Na, Rindor, ein kleiner Dank für deine Mühe. Also, ich muss schon sagen, Murasaki, du bist ein kleines Fangtalent, das kann das sein. Lass uns als nächstes doch mal 100 verschiedene Pokémon-Arten anpeilen. Nicht vergessen, wenn du dir unbekanntes Pokémon siehst, dann wirst du am besten schnell ein Pokéball aufwirst. Du hast also 100 verschiedene Pokémon-Arten in deinem Pokédex registriert? Ach, das ist aber ein kleines Pokémon und das da ist richtig groß. Da hast du aber viele Daten zum Analysieren gebracht, so viele. Äh, entschuldige, da ist die Begeisterung schon wieder ein wenig mit mir durchgegangen. Dank dir macht meine Pokémon-Forschung große Fortschritte. Dann nimm nur, ein kleiner Dank für deine Mühen. Uuuuh. Und aber mal ehrlich, Murasaki, du bist echt ein wahres Naturtalent darin, Pokémon zu fangen. Lass uns als nächstes 200 verschiedene Pokémon-Arten anpeilen. Mir ist schon klar, dass ich damit viel von dir verlange, aber haltet durch und bleib am Pokéball. 200 haben wir noch nicht. Aber wir sind mal dran. Und ich bin offline. Na, weil es abgestürzt ist. Ja, wir haben 200 Grad mal bekämpft. Das haben wir noch gar nicht mal gefangen, obwohl wir sie schon gesehen haben. Könnten wir noch mal in der Mine zurückgehen. . Ah, es gibt welche, die haben Habitat. Den nächsten Mal, dass man sich Sabotage schon anzeigen kann, ist gut. Und wenn man sich Sabotage schon anzeigen kann, ist gut. Und wenn man sich Sabotage schon anzeigen kann, ist gut. Und wenn man sich Sabotage schon anzeigen kann, ist gut. Und wenn man sich Sabotage schon anzeigen kann, ist gut. Und wenn man sich Sabotage schon anzeigen kann. Und wenn man sich Sabotage schon anzeigen kann, ist gut. Gibt da etwas, was mich in letzter Zeit beschäftigt? Ich würde gerne deine Meinung dazu hören, Murasaki. Mir ist ein Begriff so angekommen, den ich nicht verstehe. Vermutlich ist es Jugendsprache. Könntest du mir vielleicht erklären, was Grinch bedeutet? Ich verstehe. Dieses Wort hört und verwendet man also meist in unangenehmen Situationen. Jugendsprache ist gar nicht so einfach. Aber wenn ich sie hier und da verstehe, fühle ich mich den Schülern immerhin ein bisschen näher. Ja, vielen Dank für deine Erklärung des Wortes. Du bist ein wenig mit Direktor Klave warm geworden. Gibt es da noch mehr? Willkommen in mein Büro, Murasaki. Es schadet nicht, ab und zu an der Akademie zurückzukehren und am Unterricht teilzunehmen. Ach, apropos Unterricht. Verzeih die etwas persönliche Frage, aber welche der folgenden an der Akademie eingestellten Personen weißt du besonders zu schätzen? Ich kenne die alle gar nicht. Mit dir habe ich am meisten zu tun. Mit mich? Wirklich? Eine sehr diplomatische Antwort, aber wenn du das ernst meinst, stimmt mich das natürlich froh. Die Traumakademie freut sich eines wundervollen Personals. Ihre Hingabe für das Wohl und die Bildung unserer Schüler ist ohnegleichen. Vielen Dank für deine wertvolle Einblicke, Murasaki. Solltet ihr in schulischer Hinsicht mal etwas auf dem Herzen liegen, dann kannst du dich jederzeit zu mir kommen. Ich habe immer ein offenes Ohr. Ich glaube, mit dem kann ich jedes Mal sprechen, wenn ich ein Team-Star fertig gemacht habe. Oh. Wenn das Senora-Mini-Büb ist, dann hätte ich doch sie wählen sollen. Wow. Na, nein, spaziert. Ich heiße Mimi und das hier ist der Sanitätsraum. Was führt dich heute her? Dir und deine Pokémon scheint es doch prima zu gehen. Momentchen, dich sehe ich hier aber zum ersten allerersten Mal, oder? Ah, verstehe. Du hast also gerade erst hier angefangen. Ja, richtig. Murasaki, stimmt's? Ich habe schon jede Menge von dir gehört. Du sollst auf dem Weg zur Akademie von einer Klippe gestürzt sein und dich sogar mit Team-Star angelegt haben. Ja, und du hast sicher schon mit deiner Schatzsuche angefangen, oder? Ich hätte da eine Bitte. Solltest du da draußen über etwas Cooles stolpern, dann komm doch vorbei und erzähl mir davon. Hier langweile ich mich meistens. Nur Unterricht gebe ich keinen. Und die Schüler tauchen vor allem auf, um Schulstunden zu schwänzen. Naja, ich würde mich jedenfalls riesig freuen. Abgemacht, okay? Oh, hallo. Wie schön, dass du im Sanitätsraum vorbeischaust. Hallo, du wirkst ja ein bisschen stärker als beim letzten Mal, kann das sein? Haha, du hast ein gesundes Selbstbewusstsein, aber man sieht es dir auch wirklich an. Bestimmt hast du das, die ganzen Erfahrungen auf deiner Schatzsuche zu verdanken. Na komm, erzähl mir doch ein bisschen was von deinen Abenteuern. Wow, das ist ja echt abgefahren. Ach, nochmal Kind müsste man sein. Täglich erwarten neue Herausforderungen auf einen. Ich dagegen. Es war immer mein Traum, Lehrerin zu werden, musst du wissen. An die Akademie habe ich es zwar auch geschafft, aber als Krankenschwester unterrichten darf ich leider nicht. Ich bin leider durch die Zulassungsprüfung für Gesundheitslehre gerasselt. Und zwar nur nicht nur einmal, ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich es versucht habe. Tja, und jetzt versauere ich hier im Sanitätsraum. Oh, entschuldige, ich wollte dir nicht die Euren vollheulen. Aber du bist eine echt gute Zuhörerin, da plappert man eben einfach drauf los. Ich hoffe, ich habe dich nicht total vergrault mit meinem Gerede. Komm gerne wieder vorbei. Du kannst dein letzte Pokémon hier im Sanitätsraum wieder aufpäppeln lassen. Ja, in der Eingangshalle gibt es auch was. 1G und 2G. Was passiert eigentlich in 1G? Nichts wirklich Großartiges. Damit ich wenigstens schon mal da war. 2G ist ja auch neu. In der Eingangshalle gibt es jemanden, der mit mir quatschen möchte. 2G ist ja auch neu. Wir fragen mal, was wichtig ist? Wie geht's, wie steht's? Ich heiße Jim und werde euch im Biologie unterrichten. In meinem Unterricht lernt ihr mehr über eure geliebten Pokémon. Ich hoffe, dass euch durch dieses Wissen eure Pokémon noch weiter ans Herz wachsen. Heute präge ich euch deshalb bei, wie ihr euer Pokémon besser kennenlernen könnt. Wärt ihr gern noch enger mit den Freunden mit eurem Pokémon? Dann solltet ihr es aus ihrem Pokéball lassen und mit ihm spazieren gehen. Ein Spruch für euer Merkheft. Drückt die ZR-Taste, mein Kind, und wirft den Pokéball geschwind. Es ist schon echt niedlich, wenn ein Pokémon einem auf Schritt und Tritt nachläuft. Sprecht ihr mit den Pokémon, die euch folgen, reagieren sie auf euch. Vielleicht könnt ihr so auch etwas über sie erfahren. Aber Achtung, es gibt Orte, an denen man mit Pokémon lieber nicht spazieren gehen sollte. Weiß jemand, wovon ich spreche? Das ist korrekt. Du hast dich wohl gut auf den Unterricht vorbereitet, Murasaki. Wichtige Antwort ist im Gebäuden. Lassen wir sie drin, frei rumlaufen? Können einige Pokémon zum Beispiel Wände oder Möbel kaputt machen? Deswegen ist es im Gebäuden allen Pokémon verboten, ihre Pokébälle zu verlassen. Deswegen laufen auch in der Schule Pokémon rum. Aber man kann sowieso kaum in Räube gehen. Lasst eure Pokémon also bitte nur draußen frei herumlaufen, okay? Manchmal sehe ich sie nämlich hier im Klassenzimmer. Jedenfalls vertiefen gemeinsame Spaziergänge auch die Freundschaft zu euren Pokémon. Oh, bevor ich vergesse. Denkt daran, dass ihr nur mit den Pokémon an der Spitze eures Teams spazieren gehen könnt. Also nochmal zur Erinnerung. Ihr müsst die ZR-Taste drücken, um den Pokéball eines eurer Pokémon zu werfen. Und wenn ihr dabei auch ein wildes Pokémon zielt, beginnt ein Kampf. Das war es auch schon für heute. Wir sehen uns alle in der nächsten Unterrichtsstunde. Möchtest du also wohl einen Keykurs bei Sinjo-Jim besuchen? Der Kurs fängt gleich an. Nichts fehlen. Komm, dann machen wir doch einfach mal die Kurse. Wie geht's wie stets? Lasst uns auch heute wieder etwas Neues lernen. In unserer letzten Stunde habe ich euch erklärt, wie ihr eure Pokémon mit der ZR-Taste aus eurem Pokéball lassen könnt. Wie sieht's aus? Könnt ihr alle das Gelernte schon mal ausprobieren? Beim gemeinsamen Spaziergang kommt der individuelle Charakter eines Pokémon erst so richtig zum Vorschein. Süßig, wa? Wenn ihr jedoch Zeit mit eurem ganzen Team verbringen wollt, empfehle ich dafür ein Picknick. Gemeinsam an den Tisch decken, Sandwiches essen und zusammen spielen. Picknicks sind ein Heidenspaß. Wie man gutes Essen zubereitet, kann euch mit Sicherheit Senor Saguaro zeigen. Wenn man ein Picknick macht, findet man außerdem ab und zu etwas in dem Korb, der neben dem Tisch steht. Und zwar etwas sehr Wichtiges. Ich gebe euch einen Hinweis. Pokémon werden daraus geboren. Na, weiß jemand, was es ist? Da kriegen wir auch den Hinweis, wo man Eier herbekommt. Eine Box. Sehr schön, damit liegt ihr alle richtig. Ich spreche natürlich von einem Pokémon-Ei. Es ist nicht genau bekannt, wo die Eier so plötzlich herkommen. Wahrscheinlich werden sie von den Pokémon, die beim Picknick dabei sind, ganz unbemerkt in den Korb gelegt. Sobald ihr ein Ei habt, müsst ihr dann nur damit herumlaufen, um es zu wärmen. Nach einer Weile schlüpft dann ein Pokémon daraus. Leider werden Eier in Boxen nicht aufgewärmt, also nehmt sie beim Ausbrüten in euer Team auf. Nur eine Sache noch. Eine ziemlich wichtige Sache noch. Sogar Pokémon vertrauen uns ihre Eier an, weil sie sich auf uns verlassen. Es liegt also an euch, die Fürsorge für sie zu übernehmen. Ihr wartet daher, dass ihr euch diese Aufgabe verantwortungslos stellt. Ah, da unterbricht die Klingel meinen Unterricht. Gerade bei so einem wichtigen Thema. Gut, ich freue mich auf unsere nächste Stunde. Alright, jetzt kommt jetzt auf die Klingel. das ist ja auch, das ist ja auch, nicht die Idee, die Klingel zu ver CDC. Ich brauche das nicht. Ja, da unterbricht die Klingel zu tun. Die Klingel zu einem Wie geht's, wie steht's? Da fangen wir doch ohne große Umschweifen mit dem Unterricht an. Letztes Mal habe ich euch geklärt, wie wichtig Pokémon-Eier sind. Achja, was ich noch fragen wollte, benutzt ihr auch alle euren Pokédex schon fleißig? Keine Sorge, der Pokédex registriert auch Pokémon, die aus Eiern schlüpfen. Hehe, wisst ihr, diese Pokédex-App habe nämlich ich entwickelt. Ich will sie jetzt angeben. Das war allerdings lange, bevor ich an der Akademie als Lehrer angefangen habe. Zu der Zeit war ich doch Wissenschaftler. Direktor Claywell war damals auch noch nicht der Direktor der Akademie, sondern hat gemeinsam mit mir geforscht. Wir haben uns Tag ein Tag aus mit Pokémon beschäftigt. Das war eine spaßige Zeit. Auch wenn er ständig mit mir geschimpft hat. Ich schweife ab. Eigentlich sollte es doch um den Pokédex gehen. Also zurück zum Thema. In der heutigen Stunde bringe ich euch bei, wie man Pokémon fängt. Wie ihr bereits wisst, muss man ein Pokémon zunächst schwächen, bevor man es fangen kann. Aber kennt ihr auch noch eine andere Technik, durch die sich Pokémon im Kampf leichter fangen lässt? Die eigene Überlegenheit deutlich machen. Oho! Sehr gut, Morasaki! Das stimmt! Statusprobleme können eindeutig dazu beitragen, dass ein Pokémon leichter zu fangen ist. Besonders wenn ein Pokémon schläft, steigt die Erfolgsrate beim Fangen drastisch. Ah ja, also wenn ein Pokémon schläft, kann ich es noch besser einfangen als paralysiert. Das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht. Wenn ihr Pokémon mit Attacken wie Schlafbruder oder Hypnose zum Einschlafen bringt, könnt ihr eure Pokédex also im Handumdrehen füllen. Wabgesehen davon könnt ihr die Fangrate auch erhöhen, indem ihr je nach Pokémon den entsprechenden geeigneten Pokéball einsetzt. Bis zu guter Letzt könnt ihr natürlich mit Hilfe einer Mahlzeit eine Fangkraft erhalten oder das Pokémon überraschen und von hinten in den Endkampf verwickeln. Wenn ihr mit dem Fangen von Pokémon mal nicht so gut vorwärts kommt, kann es auch helfen, bei den Arenen vorbeizuschauen und euch ein paar Orden zu verdienen. Sie machen das Fangen von Pokémon mit einem höheren Level nämlich leichter. Wenn sich euer Pokédex füllt, kommt doch vorbei und zeigt mir euren Fortschritt. Damit wären wir am Ende dieser Lektion angekommen. Hat wie immer Spaß gemacht. Nächstes Mal steht eine Prüfung an. Also bereitet euch gut vor. Ah ja. Jetzt kommt die Prüfung. Biologie Prüfung. Zwischenprüfung. Es gibt also noch... Du möchtest also den Biologie-Kurs holen? Jaja, komm. Let's go. Der Kurs fängt gleich an. Nichts wie hin. Mir geht's wie stets. Heute ist es endlich soweit. Eure Zwischenprüfung steht an. Was gibt es schöneres als die Lücken auf einem Testbogen mit einem Ponten zu füllen? Es besteht aber kein Grund zur Eile. Also geht die Frage langsamer. Womit lässt du ein Pokémon aus dem Pokéball, wenn du mit ihm spazieren gehst? Wann und wo kann man Pokémon-Eier finden? Wähle die richtige Kombination. A und 2. Was ist eine wirksame Methode, um Eier warm zu halten? Was hilft nicht beim Fangen von Pokémon? Was wird benötigt, um Pokémon mit höheren Leveln fangen zu können? Zusatzfrage ohne Einfluss auf deine Note. Was hältst du vom Pokéindex? Ist ja einfach zum Bedienen. Ich würde mich freuen, deine ehrliche Meinung zu hören. So, die Zeit ist um. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Beantworten der Fragen. Die letzte Frage war nur etwas, das mich persönlich interessiert. Verpetzt mich nicht beim Direktor, okay? Werde eure Tests so schnell es geht benoten. Also seid gespannt auf die Ergebnisse. Ja, Benotung. Komm, gib mir eine Eins. Es fühlt sich gut an, wenn man eine Prüfung hinter sich gemacht hat, nicht wahr? Jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie du dich hier schnell geschlagen hast. Die Zwischenprüfung gilt als bestanden, wenn du drei Fragen korrekt beantwortest. Bei der Abschlussprüfung hingegen musst du viermal richtig liegen. Wollen wir doch mal schauen, wie du in der Biologie abgeschnitten hast. Du hast fünf von fünf Fragen korrekt beantwortet. Damit hast du die Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Senor Jim hat für alle, die bestanden haben, ein kleineres Geschenk vorbereitet. Und immer schön weiter lernen, hörst du? Dann geht's auf in die Mathematik. Dann geht's. Dann geht's auf in die Mathematik. Da geht's.